Das ist das letzte Shirt, das du tragen wirst. Welches Shirt denn? Ja Leute, wir sind jetzt in Dortmund angekommen. Wir sind ein bisschen mit dem Auto gefahren. Okay, ich nehme mal die Sonnenbrille wieder ab. So, und jetzt treffen wir uns mit NicoDemm, wenn wir ihn empfinden. Das große Treffen. Ah, ich mach mal so. Ja, okay. Hi Nico. Die T-Shirts, die sind echt nicht schlecht, wie ihr sehen müsst. Aura Dr. B. Toastrutt und Mr. NicoDemm LP. Toastrutt, geiler Regen-Shirt. So, YouTube-Fahrt noch zuerst. Hey NicoDemm, was ist eigentlich dein Geheimnis für glänzendes und schuppenfreie Barthaare? Beards and Shoulders. Eine Reputation. Beards and Shoulders, alles klar. Demnächst im Handel. Mach einfach mal rum. Wir können das auch rausschneiden. Nee, das Gelache, das lassen wir drin im Video. Und jetzt noch ein bisschen schönes Grill-Lex. Grillen, willst du lexen? So Leute, dann jetzt geht's los. Wo geht's denn? Wo geht's denn? Da, da. Keine Ahnung, irgendwo da hinten oder so. Da, wo die Halt sind. Vielleicht wird das Gelächter, wer weiß es. Hey Leute, ich hab hier so einen komischen Flyer, ganz ehrlich, wer braucht den Scheiß, ja? Kann's echt keiner. Da wir so drei schlau sind und schon die Karten haben, können wir jetzt den wunderbaren blauen... VIP-Eingang benutzen. Naja, sagen wir mal, du hast die Karte schon gekauft und brauchst nicht warten Eingang. Aber ich glaube irgendwie, dass die, äh, gerade dort die Schlange länger ist als bei denen, die... Ja, das könnte sein, aber wenn du mal guckst, dann crowdet sich und hier, äh, äh, äh... Also hier müssen wir sowieso noch 40 Minuten warten, weil erst um 10 Uhr aufmachen hier. Wir sehen nicht. Wir sind einfach die übelsten Trows. So, wir treffen uns jetzt noch mit anderen. Einlass ist erst um 10 Uhr, wir haben jetzt noch eine halbe Stunde, aber... Da hinten ist es schon arschvoll. So, unsere Bändchen, die sind hier alle farblich angefasst. Also hier, wir haben schön hier blau und Nico, der hat schön rot, das passt alles. Und dann geht's in 10 Stunden nochmal los. Das ist jetzt blau, blau. Mensch, das, das sind alles Gamer. Halt, stopp. Die halten sich nicht an Regeln. Du musst mir auch zeigen, wenn ich dir was erzähle. Ja, okay, diese Brüse hättest du sieh. Ja, ich hab doch schon erzählt. Wir sind jetzt raus, sind in der Gräte. Ja, bald auf unserem Channel zu sehen, ne? Wir sind jetzt auch los. Das ist ein Schleicher. Wir sind wieder. Wir sind jetzt in der Dreieckmache. Die Brüse hättest du sieh. Die Brüse hättest du sieh. Die Brüse hättest du sieh. Er ist versagt, er hat versagt, auf ganzer Linie. Ich werde ihn beobachten. Nico, wie fühlst du dich? Er ist hochkonzentriert. So Leute, jetzt ist Halbzeit, wir haben schon scheiß wenig gesehen, weil wir kommen nirgends rein bis ich nicht 18 und überall ist es voll und naja, wir haben schon ein bisschen was gesehen und haben bis jetzt ein bisschen gezockt. Jetzt ist erstmal Pause, wir gucken natürlich nach dem Bubble Tea und nach irgendwas zu mampfen. Die ist auch voll vorgefunden und die ist gerade eine Piste weg. Wir haben uns entschieden, am Feuerfall zu mir mitzumachen. Ja, wir gehen da jetzt hin und dann schauen wir mal, ob wir uns völlig viel zählen. Wir zocken gerade feiervoll und wir sind sogar am gewinnen, sag ich mal. Wir haben schon zwei Menschen gewonnen und wie es gut aussieht, ob wir morgen noch gleich sind, werden es kommen und ich habe nicht noch 10.000 Euro zu gewinnen. Also, wir sind 5.000 Euro, also hier, wie wir es ausfüllen. Ja, ja, er hat keinen Namen, keine 10.000 Euro zu gewinnen. Und das ist das Problem. Darfst du noch ein bisschen kicken? Ja, wir schauen einfach mal, dass wir gut bleiben. Ja, wir schauen einfach mal, dass wir gut bleiben. Wir haben uns erst jetzt das Ausmaß des Ganzen bekannt. Jeder von uns hat jetzt schon sicher 200 Euro selbstständig abscheißen sollen. Was natürlich nicht wahr, können wir jetzt wieder anziehen. Also, der Eintipulierung morgen steht fest. Wir fahren morgen mal zur Gangskamera am Samstag wieder an, dass wir das sehen. Also, auf jeden Fall, ich gehe jetzt gleich nochmal um zu 2. Das ist auch sicher sehr spannend. Und? Zweiter. Zweiter? Ich komme nicht mit der Eintipulierung. Ja, ich weiß auch nicht, die Haltenschauung ist so ein bisschen komisch einfach. Ja, man merkt jetzt, wie es langsam leer wird. Die Hallen werden leer. Der Dreck wird größer. Und ich werde müde. So Leute, das war der erste Tag der Gamescom. Ich hoffe, das schaut euch gefallen. Wir sehen uns gleich wieder im zweiten Teil der Gamescom. Also Tagzeit. Wenn wir dann das Turnier gewinnen werden. Hoffentlich zumindest. Auf der Gamescom am zweiten Tag sind wir alle nur am Essen. Und am Saufen. Alles klar. Jetzt sind wir wieder mal angekommen. Und es ist voller als gestern. Ausverkauft. Wenn wir nicht die Karten gesponsert kriegen würden, würden wir gar nicht mehr reinkommen. Überhaupt nicht. Und jetzt sind wir alle auf dem Weg zum Nordeingang. Und wir haben VIP-Tickets. VIP-Tickets. So, mit meinem hammergeilen Aussteller-Ausweis kommen wir jetzt auch noch anstehen. Schnell nicht gehen. Also, im Zahn ist das alles richtig leer. Wir sind so die ersten Leute, die hier reinrennen, die wirklich angestanden haben. Wir konnten einfach links vorbei gehen. So, Leute. Wir machen jetzt gerade noch eine Teambesprechung. Wir sind jetzt hier mit euren fünf EBCs. Unser Team ist versammelt. Wir sind hier auf einer verdammt fetten Bühne. Da hast du das Stegen ausbeziehen. Mama. Dann geht es gleich los. So, Leute. Wir sind jetzt in Wassen und das Wort ist Backstage. Wir sind hinter der Bühne. Und da geht es gleich raus. Wir hätten jetzt nach draußen gelohnt. Yo. Yo, J-Girl. Wir haben uns gefecht. Alles klar. Wir machen uns bereit. 1. fest. 2. Fost. 4. Wash. Wir sind live nun. 4. 5. 7. Reden nicht reinigen, Wir haben jetzt wieder vorbei op. Das alle ne Lunar sind. 16. EPSX durch Mit Grimmy, Morty, TooEasy, Valatuja und Winghaven. And on the other side, Ntok, Hutch, Mr. Nicodem, Toastbred and Toast the Most. I like that. 7-4, 8-4, now 8-5. Ntok again picking up another frag. He's having a good round this time. That's really important for him. And that's why the score has stayed a little bit closer this time. 13-9. Now Nicodem is very low on health, so he's smart to be running off here. He's found one of the health packs. and now he can get back into the air. Hasn't got a long way to find it. Oh, and then get shot down from Longrash. Didn't see where that came in from. No, I think it was one of the turrets. Toastbred just got revived by Toast the Most. Two Toasts working together. The frag there, and he has got the kill now. If they can get the execution on him, it'll be game over for Let's Play. 24-15, they're holding on, but no longer. And 25-15 is the score. Oh, and Epsilon Esports are the Firefall semi-final one winners. Let's Play came through the qualifiers system. They got to effectively their final. It's already been played. They went down against Epsilon, so they've now advanced to the final. Alternate, obviously one of the invited teams. So they've both had a different route here and different levels of playtime. So far, nothing down for me, the team. Although I can see that Toastbred has lost an awful lot of damage. And he will be the first man that drops to his net. It's a proc that picks him up. They've got to get the kill, though. They only need 9-1 rags, of course. 25 to target. It's the nick of the book. Look at this. One, two in the back. That's brilliant. And Toki's going to come in with a cup of the boomerang shot as well. Can they get the fifth one here and kill them all off? They can really reduce it. The crater comes in as well. And that's 16 to 8. But I'll tell you what, if they can just finish off this last one, they've got four or three or four executions in there to get rid of them as Troupley comes in long range. And Mr. Nickatum, lovely double kill. Didn't quite get the third one. And now he's got him on a run. And he's got to get out of there. Lovely shot long range. Two in a row for the plasma as well. Going absolutely hell for leather here to try and knock him down. They will get him and they will get to the execution as well. And they do reduce the gap to 8. 17-9. But I'll tell you what, that was an awful lot of work. But not very many frags. 18-9. And that's going to be 19. Tikso picks up another one. And that's 20 now. Surely this is Team Alternate's map to lose. But for a moment there, I just thought Let's Play were in really, really good shape. Well, and Mr. Nickatum was making some excellent strategic choices and using his mobility to escape when necessary and then come back in and do damage. But I don't think he had the team support in that particular situation. I do like how Tikso is taking advantage of all of his engineer abilities. Carnage. Absolute carnage down there. And Let's Play are going to pick up three frags, surely. And if they don't... They should. They better clean up. They have to clean up those executes. Yeah, they do. They haven't done enough of it. They have got two. Now make that... Towscred's going to try to get... Oh. Let's switch over to one of the alternate guys and see whether we can see who's going to... Oh, I was going to say, just as we did that, that Cobby gets a high five for his troubles. It's Mr. Nickatum who leads the way for Let's Play. But troubling top scorer, 9-1. With the props heading up with... Let's get you into the game. It is 1-0 already. We've already had a kill. There was Anna Frank. There was another kill just on the right-hand side of this battle that we're watching right now underneath. You can see in the distance. One man down, but I think he's going to get the revive. They could have almost down and out here. Oh, look at that crater coming in. And it... Well, that's almost like a self-kill. I think that there is a pretty steep deficit. at this point. They really are working well together, so often it is. Oh, Tick's over. Finally dropped. It's Nickatum who... You know, to be fair, I know they've all played their part, but Nickatum really has been the only man to put up any major resistance in this game. It does seem like that, for sure. Oh, this is trouble right now. 24. Here comes the final fifth kill. 25 is about to go on the board, and there it is. There's already a flag on the board. Look at that, a cross. Ticktoe's going to fly down. Nickatum's going to get this revived because there's no one else down there. Oh! What the heck? The grenade comes flying in, though. And those two men just sitting in the water are going to bleed out, are they? No! Revived. How the heck were they revived down there? I think I was lucky. I think it's because Troubly took his eyes off for a second. and execution time for Toast Thread, actually. So, minor fight back right at the end of this game, but I'm pretty sure this is going to be three quick frags. That probably doesn't look like they're giving up yet, though, and that's good. No, they haven't. So, half. So, for our performance have we won, yeah? Yeah, for our performance have we won. against two Pro-Gaming-Teams playing, one by Alternate and one by Epsilon. And we had as a-cack-naps just no chance. That was a great deal. But we had to be beaten. We had to be beaten. We had to be beaten. But it was so small, that they didn't exist. Yeah. That's true, that's true. But the 1,000 € have we still. And the other have we still Epsilon 17 to 25. So, we're still beaten. So, now we have a little bit of time. Also, Leute, we have the Siegereihrung behind us. Nico, tell us what you have. I'm going to go! That's really awesome. We're going to go to the other side and we're going to go to the game store. We're going to get back to the game. We want to go to the game. And I'm going to go to the game and then But there is already going to go to the game. And then, and then we're going to go to the game. Untertitelung des ZDF, 2020